Heute schauen wir uns mal wieder ein paar Gratis-Items an, vergesst nicht wie immer davor zu liken und natürlich auch zu abonnieren, danke für euren Support. Falls ihr die Videos von gestern verpasst haben solltet, dann checkt das ganze gerne ab, denn man kann unter anderem Gratis-Item gewinnen, ganz genau das hier, beziehungsweise nicht gewinnen, das könnt ihr euch abstauben, gratis für alle, ultra nice, haben bestimmt schon gefühlt alle von euch abgestaubt, ansonsten gibt es aktuell noch eine Verlosung, auch dazu mehr im gestrigen Video. Ich konnte ja vor zwei Tagen kein Video dazu hochladen, dafür musste ich aber mal kurz meine Facecam einmal nach rechts schieben und zwar gibt es ja aktuell so eine Aktion mit drei Gratis-Gegenständen, ein Spray, ein Emoticon und eine Lackierung. Das ganze kann man aber nur bekommen, wenn man in den Discord-Server von Fortnite Italien joint. Link dazu in der Beschreibung, ich glaube ich muss den alle paar Tage mal ein bisschen erneuern, weil der kann sogar ablaufen. Das ganze geht aber hier nur noch bis zum 24. Mai, das heißt ganz genau drei Tage lang haben wir noch Zeit dafür, also völlig ausreichend. Schreibt mal gerne in die Kommentare, habt ihr das ganze oder habt ihr es noch nicht? Ich glaube viele haben es, viele auch nicht, weil viele haben auch mich gefragt, ey kannst du nochmal ein Video dazu machen, weil der Bot, den wir dazu brauchen, hat leider nicht funktioniert. Denn wir müssen hier auf Start drücken, einmal drauf drücken, jetzt müsst ihr ein bisschen warten, bis der Quest-Bot euch hier oben links eine Nachricht geschickt hat. Dann taucht ganz genau das hier auf. Ganz wichtig, Link Account, jetzt müssen wir unseren Account verbinden. Da drücke ich einmal kurz drauf, einmal auf Jupp drücken und mal schauen, was jetzt passieren wird. Vielleicht muss ich hier irgendwas verpixeln. Einmal hier auf Zulassen drücken, jetzt können wir wieder zurück zu Discord und es müsste eigentlich funktioniert haben. Genau, nachdem ihr dann euren Epic Games Account mit Discord verbunden habt, also mit dem Bot sozusagen, dann müsst ihr hier diese Aufgaben abschließen. Das hat jetzt hier Jamf Leaks auf Twitter gepostet. Einmal 5 Aufgaben und wir bekommen dadurch 3 Belohnungen. Einmal 20 Fische fangen, 5x Eliminierungen, also 5 Kills machen, 3x Top 10 in Teams, 3000 Schaden und 5x Top 10 in Solo. Wenn ihr das erledigt habt, bekommt ihr Schritt für Schritt immer diese Gratis-Items. Ganz wichtig, macht das Ganze, habt ihr noch Zeit bis zum 24., also völlig ausreichend, ganz easy. Ganz genau diesen Bereich hier, den ihr auch braucht, um hier auf Start drücken zu können, findet ihr hier ganz oben Discord Quest. Also da müsst ihr drauf drücken, wenn ihr in den Server gejoined seid und dann könnt ihr ganz entspannt auf Start drücken. Das Ganze kann natürlich ein paar Stunden dauern, bis ihr die Items bekommt. Der Gleiter ist übrigens aus dem Playstation Event, hat jetzt mit diesem Event gar nichts zu tun. Aber hier ist das Spray, das bekommt ihr halt nach ein paar Stunden und das ist wirklich sehr, sehr chillig. Viele von euch werden sich bestimmt auch gerade denken, was tue ich denn, wenn ich keinen PC habe für Discord? Ganz easy, auf dem Handy gibt es die App, runterladen, dann startet ihr natürlich Discord, registrieren, falls ihr keinen Account habt. Dann joint ihr dem Discord-Server über den Link in meiner Beschreibung. Dann geht ihr da zu der Quest hin, drückt auf Start, dann wartet ihr, bis der Bot euch eine Nachricht geschickt hat. Drückt dann drauf mit dem Link da, dass ihr da euren Account linken sollt, verbinden sollt. Und dann habt ihr eigentlich alles schon gemacht, macht die Aufgaben ganz easy. Vergesst nicht mein CC zu benutzen, kurz geht raus und das war es dann auch hier schon mit dem kurzen Video.